ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play infamous second son wir gehen heute wieder zurück in das andere viertel das erste viertel weil wir wollen ein bisschen aufräumen zumindest mal wieder in die richtung gehen wo wir herkommen zumindest mal wieder ein bisschen noch sich das ich auch mal wir haben nämlich nur noch 71 prozent nur noch und da oben ist irgendwo wieder so ein künstler ding was wir auf jeden fall noch machen wollen so nichts dramatisches sondern wirklich wir bleiben auf der blauen schiene also definitiv kein wir wollen gut sein wir wollen überzeugen dass wir keine arktischer sondern dass wir wirklich gut sind dass die leute uns vertrauen können und dass wir nur helfen wollen also anführungszeichen bioterroristen a.k.a conduits so der erste teil ist fertig das t-shop sie ist so einfach gerade so der erste t-shop so der erste t-shop Okay. Sieht doch gut aus. So, und nochmal. Wir bleiben in der guten Schiene. Ein bisschen mit der Drohne. Shit, die hab ich nicht mitgenommen. Hab sie. Die Scherben nehmen wir mal mit. So, dahin ist ein... Und wir haben wieder Punkte geholt, um gut zu werden. Da haben wir da jemanden geholfen. Sie wurden vielleicht dann befördert. Sie sind im Ziel ein, Held zu werden. Einen Schritt näher gekommen. Ich will die Scheiß-Drohne haben. Wo sind die? Ich will die Scheiß-Drohne haben. Jawoll, hab sie. Oh, wieder eine Drohne weniger. Nur noch 61 Prozent, liebe Leute. So, die haben wir hier rum. So, die haben wir hier rum. Scheiße. Scheiße. Ja. Da ist der, okay. Warte, den Dealer besiegt. Die Drogen sind weg. Oh, wir haben den Drogendeal verhindert. Also, wir machen uns jetzt gerade ein bisschen beliebter bei den Jungs und Mädels dieser Stadt. Das ist gut. Okay, das sind Rauchpunkte. Jetzt verstehe ich das gerade. Oh, wir haben lecker, lecker Rauch gezogen jetzt. Hier ist wieder eine Drohne unterwegs. Die holen wir uns mal. Zwei Drohnen sogar. Drohne, wo bist du? So, wo ist die Drohne? Da gehört ja Rauch. 挺 66, glaube ich. Zwei Drohne. Junge hare. Immer wieder schauen wir hier mit. Hubsi. So, hier vorne muss immer noch ein Geheimagent sein. Entschuldigung, verdammt. Hier ist der Geheimagent. Okay, irgendwo steckt ein Typ in der Menge. Er hat eine schwarze Jacke mit blauer Kapuze. Hier. Wenn ihr Idioten wieder mitspielen wolltet. Hör mal! So, den mal kurz ausschalten. Ich weiß, jetzt hab ich die Geheimagent verpasst. Okay, das war das nicht. Also, wir müssen es auf 30 Prozent ziehen. Ich kann Raketen aus meinen Händen abschießen! Alter, bringt das nicht so viel um. Warte mal, ich kann mich aber wieder ein bisschen laden, ne? Ja. 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 Das war's für heute. So, ich muss mal hier hoch. So, jetzt sehe ich ein bisschen mehr. So, ich sehe das Drohne jetzt. Hab sie. So, ich sehe das Drohne jetzt. So, wieder der gleiche Typ. So, jetzt helfen wir. So, ich sehe das Drohne. So, ich sehe das Drohne jetzt. So, ich sehe das Drohne jetzt. So, ich sehe das Drohne jetzt. Ja, hier. Ich hoffe, er ist weg. Verdammt! Wie dieser Typ nicht da rumgestanden hätte. Aber ich muss ja noch rumstellen, wie will ich vor dem Typen, vor dem Geimer gehen. Ich muss ihn nämlich erledigen. Ich hoffe, jetzt kriege ich nichts mit meinem Typen. Geile, komm hier. Jetzt habe ich dich. So, die sind besiegt. So, wie viel Prozent haben wir noch von dem Viertel? Das war jetzt keine Absicht. Ich wollte nämlich... So. So, da vorne ist wieder so ein Demomob. Geht aber gehen. Bioterrorismus. Vertraut dem DUP, nicht den Terrorismus. Vertraut dem DUP, nicht den Terrorismus. Hab sie. So, wir haben heute über sieben. So, jetzt haben wir noch 48 Prozent. Und dann könnten wir theoretisch auch mal den Bosskampf angehen. Das probieren wir aber nicht heute. Das sehen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Ähm. Ich speichere jetzt gerade mal. Aber wir gehen das in der nächsten Folge an, auf jeden Fall. Ne, bis dahin. Auf Wiedersehen bei Let's Play Infamous Second Son.